Herzlich willkommen auf DART-Blog und zum heutigen Teil, der sich mit Konstanz beschäftigt. Konstanz ist eine Frage, die mir in den letzten Wochen sehr häufig gestellt wurde. In Verbindung mit Tipp geben, ja, kannst du mir einen Tipp geben, wie ich konstanter werde? Kannst du mir helfen, konstanter zu werden? Ich brauche Konstanz, mir fehlt Konstanz. Das ist also ein Wort, erstmal abstrakt. Und oft verbirgt sich Tatsache dahinter nur ein statistischer Wert. Und dann so ein paar Momentaufnahmen, 26 kommt dann immer 41, 45. Also man kann wirklich sagen, das ist immer wieder dasselbe Phänomen. Die Fragestellung, wie werde ich konstanter, geht sofort mit einer 26 einher. Gedanklich ist man dann auch nicht bei der 60, sondern oft schon bei der 100 oder sogar Tatsache noch mehr. Denn die Frage wird auch gestellt, wie schaffe ich es, den letzten DART auch oder den zweiten oder dritten DART auch noch in der Triple 20 zu versenken, sodass ich eine 180 habe. Ich denke, da geht sehr, sehr, sehr viel durcheinander. Und vor allen Dingen geht es auch sehr in die abstrakte Welt rein. Wir haben im Endeffekt nur einen statistischen Wert. Es gibt ja von Skolia ein System, wo man erkennen kann, wie die Treffergenauigkeit ist. Das würde ich persönlich zum Beispiel als weitaus bessere Maßnahme zur Findung seiner Konstanz ansehen, als irgendwelche statistischen Werte. Denn die statistischen Werte hinterfragen in den seltensten Fällen die mentalen und vor allen Dingen auch die motorischen Komponenten. Und diese beiden Komponenten, die werden im Grunde immer von der Statistik ausgeblendet, außer wir gehen in den 100er Bereich, können aber trotzdem immer noch nicht erkennen, wo gibt es noch Verbesserungspotenziale. Dazu gehört also viel mehr als nur der Blick auf irgendwelche Zahlen und vor allen Dingen gehört da auch viel mehr dazu, was das Training angeht. Von daher, es gibt keinen Tipp. Also wer jetzt denkt, ein Tipp, der kann im Endeffekt schon gleich hier abschalten. Und ich kann euch versprechen, und das ist das einzige Versprechen, was ich euch geben kann, es wird nirgendwo einen Tipp geben, der euch sofort von einem unkonstanten Spieler zu einem hochkonstanten, hocheffizienten, super Profispieler ausbildet oder entwickelt. Es ist ja teilweise auch so, dass wenn ich mit Leuten spreche, die dann sagen, ja es muss da irgendwo einen Tipp geben und ja die Profis werden den nicht erzählen, weil dann würde ja jeder so gut spielen können wie sie. Die zeigt auch so ein bisschen die verquere Welt, die einige Dartspieler so haben, was das Engagement, was das Training, was die Leistungsbereitschaft, das Leistungsniveau und die Ausdauer eines Trainingslebens eigentlich einnehmen müsste und denken, ja da gibt es also kleine Abkürzungen. Diese Abkürzungen wird es nicht geben, es gibt eine Abkürzung, die heißt Talent und Glück. Das sind also Sachen, da kann man das dann abkürzen. Der Rest muss hart arbeiten, der muss analysieren, ja Statistiken, okay die sehe ich sofort, da kann ich was mit anfangen. Ich sehe, dass da vielleicht noch nicht das zustande gekommen ist, was ich gerne hätte, aber was muss ich jetzt tun? Was muss ich unternehmen, damit ich in diesen Bereich reinkomme, auch besser zu werden? Also mentales Training, motorisches Training, ist auch egal, irgendwas muss es ja geben und wir gucken aber leider immer zu sehr dann halt in diesen statistischen Bereich rein und sagen, okay mit dem und dem Spiel versuche ich jetzt mein Erfolg zu verbessern. Wir gehen nirgendwo anders hin und verharren eigentlich nur in diesem Bereich. Und mit dieser Serie möchte ich mal so ein bisschen, ja nicht aufräumen, um Gottes Willen, das maße ich mir nicht an, aber ich möchte euch aus meiner Sicht ein paar Antworten geben, weil ich ja auch immer wieder konfrontiert werde mit diesen Fragen. Ja wie funktioniert das eigentlich mit dem Konstantwerden und welchen Tipp kannst du mir geben? Und sehr oft, ja je häufiger diese Frage kommt, desto eher denke ich natürlich, das ist so ein gebetsmühlenartiges Erzählen, denn wo manchmal mir dann auch das ein bisschen zu viel wird, wo ich mir denke, okay jetzt hast du es 1000 Mal erklärt, jetzt erzählst du es wieder. Und im Endeffekt, ja kommt auch nicht die richtige Reaktion, sondern dann, ach so, ja okay gut, dann gehen sie halt lieber weiter auf die Suche nach anderen Tippgebern und gehen nicht den harten Weg des Trainings. So ist das und damit möchte ich jetzt mal so ein bisschen erklären, wie ich aus meiner Sicht diese ganze Sache sehe und vor allen Dingen, welche Ansätze es für euch gibt, die Konstanz dann auch wirklich ein bisschen besser umzusetzen, ja durch gutes Training. Also viel Spaß und wir sehen uns gleich. Und dann noch ein Hinweis in eigener Sache, ab Dienstag ist dann für jeden Dienstag und Donnerstag ab 18.30 Uhr ein Wettkampftrainingsworkshop, der geht über insgesamt 8 Trainingstage, also für all diejenigen, die Probleme haben, ihre Trainingsleistung auch in den Wettkampf zu überführen, genau das Richtige. Eine kleine Trainingsgruppe bedeutet dann, ich kann mir viel mehr Zeit nehmen, von daher sind nur noch 4 Plätze frei. Ich kann euch nur empfehlen, da rasch zu handeln und wir sehen uns am Dienstag. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link und jetzt geht es weiter. Dann gucken wir uns jetzt an, wie gehen wir denn überhaupt mit Statistiken um. Also wir haben jetzt hier, sagen wir mal einen Average-Spieler, der einen Average hat von 45. Kann sein, dass er so wirft und vielleicht auch mal so ab und zu mal hier rein wirft, dann so wirft, ja das würde ich jetzt schon sagen, okay das ist so ein, das sieht so aus wie ein 45er Schnitt. Hier mal so vereinzelt, hier unten auch mal so ein paar, großes Feld, ja. Wenn ich jetzt aber so diese Betrachtung hier so sehe, sehe ich also einen sehr, sehr, sehr großen Streukreis, der sich vielleicht hier drauf so ein bisschen zentriert, ja. Mit einem Skolia-System könnte man natürlich sogar hervorragend eine Heatmap erstellen, wo ich dann genau sehe, wo bin ich eigentlich, wo stehe ich, was ist gut, was ist weniger gut. Und könnte da vielleicht sogar auch so ein bisschen mein Training ableiten. Aber erstens, die Fragestellung, wie werde ich konstanter, die ist viel zu allgemein, weil es kommen extrem viele Faktoren dazu, die mir eigentlich das Leben schwer machen. Und ich dann erstmal gucken muss, okay, warum wirft der so? Was ist sein Problem? Ist er technisch noch nicht ausgereift? Ist sein visuelles System, also die Hand-Auge-Koordination nicht richtig ausgereift? Macht er hier Fehler? Oder ist es vielleicht ein mentales Problem? Ist die gesamte Koordination einfach nicht richtig aufgestellt für solche pfeilmotorischen Maßnahmen? Und so weiter und so fort. Das sind also extrem viele Fragen. Wenn ich jetzt anhand eines Wertes, der zum Beispiel 45 beträgt, davon ausgehe, okay, das sind noch 15 Punkte bis zum 60er Schnitt, da wollen eigentlich die meisten hin. Die wollen alle über 60. Alle, die als Anfänger weiter darüber hinaus wollen, denen sei hier schon gesagt, entweder seid ihr super talentiert oder ihr seid einfach von euren Anforderungen her viel zu weit entfernt von der Realität. Das ist ein mentales Problem, da muss man dran arbeiten, kann man ganz locker dran arbeiten, Erwartungen runterzuschrauben. Aber natürlich ist auch der Ehrgeiz da, sich zu verbessern. Also wenn ich jetzt hier sehe, das ist, sagen wir mal einfach ein 45er Schnitt, dann kann ich davon ausgehen, okay, ich habe noch viel zu tun. Es sind also immer irgendwelche Abweichungen, die ich habe, die nach links und nach rechts gehen. Würde ich jetzt als Trainer eigentlich sagen, okay, das ist Standard. Das ist völlig normal, dass man sich länger mit dieser Materie beschäftigen muss. Können auch mal zwei, drei Jahre sein, um dann eine Konstanz aufzubauen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Hier hilft es jetzt also wenig, irgendwelche Spiele zu spielen oder 501 zu spielen, sondern hier würde ich sagen, okay, pass mal auf, Du hast jetzt erstmal ein bisschen an deiner Wurftechnik zu arbeiten und nicht, dass du jetzt immer wieder versuchst, ein und dieselbe Bewegung zu machen, sondern du wirst dich koordinativ weiterentwickeln und motorisch wirst du dann deinen Weg finden. Über verschiedene Maßnahmen ist es für dich möglich, deine Feinkoordination besser auszuprägen. Auf der anderen Seite würde ich auch dringend empfehlen, an der Hand-Auge-Koordination etwas zu machen, überhaupt erstmal festzustellen, visualisiere ich richtig, sehe ich also auch mein Ziel fest im Blick, habe ich den richtigen Anreizpunkt, um, sagen wir mal, mein Gehirn die Arbeit machen zu lassen, dass er sagt, okay, gut, hier will ich hin, zack, Wurfbewegung rein da. Was natürlich auch immer wieder eine Fragestellung ist, ja, wie muss ich denn stehen, wie ist mein Arm und da will ich gleich mal von vornherein sagen, das ist natürlich auch immer sehr wichtig, aber es ist nicht so, dass durch technische Veränderungen sofort eine Verbesserung des Wurfs erfolgen und vor allen Dingen kenne ich so viele Spieler, die haben einen hervorragenden Wurf, wo nichts verändert werden muss, aber sie trotzdem immer wieder verändern, weil sie nämlich anhand der Ziele, anhand der Ergebnisse, die sie erreichen, ja, denken, es liegt an ihrer Wurftechnik. Dabei sind es ganz andere Schlüsselstellen, oft ist es, wie gesagt, auch Konzentration, dann sehr oft auch fehlende mentale Stärke, das heißt, auch hier braucht man eine gewisse Kondition. Wenn ich dann nach fünf Minuten oder zehn Minuten dann schon völlig überlastet bin und dann einfach nur noch weiter werfe, ja, dann kann ich jetzt auch meinen Fokus nicht darauf ausrichten und auch nicht in den Flow kommen. Also als Anfänger wird man sowieso nicht in den Flow kommen, weil man hier natürlich auch losgelöst von seiner Wurftechnik und von seiner Wurfbewegung eigentlich handeln und agieren muss. Das heißt, wir müssen erst mal sehen, in einen Bereich zu kommen, der uns ermöglicht, losgelöst von dem Denken an den Wurf einfach die Sache fließen zu lassen. Sehr oft hört man ja auch, ja, ich habe mal 60 gespielt und jetzt spiele ich nur noch 45, ich komme einfach nicht mehr klar, ich ändere ständig an meinen Wurf und kriege es nicht auf die Reihe. Auch hier immer wieder gern gefragt, die Antworten laufen dann meistens darauf hinaus, ja, dann mach erstmal eine kurze Pause, finde ich, ist völlig in Ordnung. Und dann, ja, mach den Kopf frei, geh nicht zu sehr auf die Ergebnisse ein und lass es erstmal alles so ruhen und versuche, den Kopf nicht auf Ergebnisse zu lenken, sondern viel mehr so auf Allgemeines rumwerfen. Auch ein guter Ansatz ist natürlich für denjenigen nicht befriedigend, weil er in so einer Falle steckt, in der mentalen. Und das bedeutet für ihn, er weiß, was er gemacht hat, er weiß, dass er da nicht hinkommt und da ist der Reiz natürlich unheimlich groß, dass man etwas ändern will. Dass es an der Technik liegt, dass es am Dart liegt oder an irgendetwas. Dass man festgefahren ist in einer Situation, die man selbst durch eigenes Denken herbeigeführt hat, wird den meisten erst überhaupt gar nicht klar und bewusst. Sie sind teilweise auch, ja, beratungsresistent, möchte ich nicht sagen, aber sie nehmen diese Ratschläge nicht an, weil diese Ratschläge auch nicht 100%ig, ja, sagen wir mal, keine richtigen Anweisungen sind. Und das ist das Wichtige. Du musst auf der einen Seite erstmal verstehen, warum diese Anweisung vernünftig ist und vor allen Dingen auch einen Sinn dahinter sehen. Du willst ja spielen. Also bringt es dir erstmal wenig abzuwarten, weil du bist ja eigentlich geil drauf. Du willst unbedingt zocken. Du willst dich auch verbessern. Hier ist also nur über das Verständnis zu erreichen, dass man demjenigen klar anbietet, wenn du das, dies und jenes machst, müsste das passieren, sodass er ja eine Erkenntnis gewinnt. Und dann, ah, okay, ja, funktioniert der wirklich? Dann kann er auch dahinterstehen. Denn er muss immer dahinterstehen, sonst wird diese Maßnahmen nie zum Erfolg führen. Auch als Trainer ist es immer sehr wichtig, zu erkennen, ob jemand dahinter steht oder ob er nicht dahinter steht. Dann macht die Zusammenarbeit doch gar keinen Sinn. Was hier in diesem Fall für einen Anfänger, finde ich, eigentlich ein ganz ansehnliches Paket darstellt, ist natürlich vom Average her, von der nackten Zahl her, eigentlich nicht so toll. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich solche Trefferbilder eigentlich erzielen möchte. Und das hier würde ich jetzt mal sagen, jetzt werden wir noch so ein bisschen mit den Doppeln rumspielen. Ein paar hier, ein paar da. Wir sehen aber ganz klar, hier gehen schon viele in die Trippel rein. 20 wird hier sehr gut bearbeitet. Ein paar Ausweicher. Hier haben wir auch mal so einen Ausreißer. Und vielleicht hängt auch mal einer hier. Und hier vielleicht auch mal einer. Das sieht also schon aus. Das würde ich eher als 60er Schnitt einordnen. Hier zum Beispiel würde ich mich auch tatsächlich wiederfinden und denke mir, das sieht schon ganz anders aus. Das ist schon eine ganz andere Qualität. Wir können hier einen guten Kern erkennen. Wir wissen, hier ist eine massive Verteilung an Darts. Jetzt ist aber die Sache, es kommen noch viele, viele Faktoren dazu. Gerade im Average haben wir natürlich sehr große Probleme mit den Doppeln. Wenn hier zum Beispiel Schwierigkeiten auftreten, und das sind dann meistens mentale Schwierigkeiten, dann verwischt einfach alles. Dann kann auch so ein Score hier. Also ich habe teilweise wirklich so dramatische, niedrige Zahlen im Checkout-Bereich, dass ich, ja, also eigentlich vom First Nine, ist also 80 eigentlich schon, finde ich, normal bei mir. Also häufig wiederzufinden. Aber ich ziehe mir die halt durch die Doppeln immer sehr runter. Also wir können mit dem Average im Grunde genommen nicht genau erkennen, ob wir konstant sind oder nicht. Sondern das können wir nur über solche Visualisierungen erreichen. Also über solche Bilder bin ich in der Lage zu erkennen, bin ich ein konstanter Spieler. Denn hier kann auch teilweise, hat man auch mal so ein paar schlechte Phasen, die sich dann mental widerspiegeln. Wenn ich also die ganze Zeit nur einmal mit 5%iger Checkout-Quote hantiere, dann setzt sich das natürlich auch in meinem Selbstvertrauen fest und zieht das massiv herunter. Das heißt, also ich score ganz gut, dann komme ich da unten an in den Bereich, wo ich jetzt sage, okay, jetzt geht es zum Check. Hier kommen dann wieder so ein paar Probleme, ja, diese Gedankenblitze, Mann, hast du das letzte Mal nicht getroffen. Und dann passiert dann sowas, dass ich dann 10 Darts oder so brauche für so ein Checkout. Repräsentiert also nicht den hier oben erarbeiteten Wert. Also von daher halte ich sehr wenig davon von Average-Gerede, wenn man nicht im 100er-Bereich ist oder sagen wir mal im 90er-Bereich, sondern hier würde ich eher so eine Visualisierung vornehmen. Und wie gesagt, wenn Skolja nicht so teuer wäre, würde hier schon längst so ein Ding dranhängen. Ob es mir trainingstechnisch massiv weiterhelfen würde, wage ich zu bezweifeln. Es wäre aber für ein paar Momentaufnahmen mit Sicherheit sehr hilfreich. Ich halte aber auch nicht davon jetzt diese, was man ja auch jetzt immer wieder sieht, diese ganzen Heatmaps, die dann jeden Tag hochgeladen werden. Das ist im Endeffekt dann jetzt auch nichts mehr anderes als eine Visualisierung der Statistiken, die man dann übertreibt. Und das sollte man auch lassen. Genauso wie dieses, was ich jetzt auch extrem häufig sehe. Jeder bietet jetzt seinen Wurf immer in Zeitlupe an. Eine super Zeitlupe. Da kann man überhaupt nichts mehr erkennen. Man sieht da vielleicht so ein paar Schlüsselstellen, aber man sieht nicht den natürlichen Flow, die normale Bewegung und dass man sich dann selbst dann beim Interesse dann in die Zeitlupenposition oder Situationen dann bewegen kann, um vielleicht noch genauer zu analysieren. Deshalb, wenn ich zu jemandem sage, okay, gib mir mal deine Videoaufnahmen, ich mache dir eine Wurfanalyse oder jemand kommt zu mir und fragt, ob ich ihm eine machen kann, sage ich immer Normalgeschwindigkeit, ich kümmere mich schon um die Zeitlupenaufnahmen, mache einfach 60 FPS, dann kann ich damit schön und sauber arbeiten. Das reicht mir dann aus. Ich muss ja auch sehen, wie geht der ran? Wie ist sein Rhythmus? So ein paar Teile wie, wie zieht er zurück? Wie ist die Geschwindigkeit nach vorne? Gibt es da Disharmonien? Ist sie rhythmisch aufgebaut? Ist sie arhythmisch aufgebaut? Und das macht unheimlich viel. Und das kann man nicht erkennen, wenn du in einer super Zeitlupe dann deinen Wurf da hast. Also das ist auch so ein Trugschluss, wo man denkt, hier kann man besondere Elemente erkennen und ich wage zu bezweifeln, dass jemand, der um Hilfe bittet, erkennen kann, ob sein Wurf gut oder schlecht ist anhand dieser Eigenanalyse. Dafür fehlen ihm einfach zu viele Erfahrungswerte. Also zurückzukommen, ich möchte heute einfach nur mal abschließen mit diesem Gedanken. Was ist eigentlich wichtiger? Ist so etwas viel wichtiger? Also eine Visualisierung von Trefferbereichen oder ist der Average wichtiger? Denn im nächsten Teil gucken wir uns nämlich an, welche Variationen und welche Varianten dazukommen, die uns im Endeffekt über Zahlenwerte das Leben schwer machen, eine genaue Analyse zu treffen. Was muss ich überhaupt verbessern? Denn hier ist es ganz klar, was man hier verbessern muss. Im Endeffekt ist es so, ich muss die Wurfbreite noch ein bisschen zusammenbekommen und hier auch ein bisschen in der Höhe arbeiten. Das sind also so Sachen, da kann ich das Training dann gezielt drauf ablenken oder ableiten. Während ich zum Beispiel bei so einem Trefferfeld hier, was dann so wäre, dann lassen wir mal hier diesen inneren Bereich weg. Hier sehen wir, hier würde ich zum Beispiel sagen, das Erste, was wir machen, ist einen geraden Wurf finden, unabhängig davon, wie die Höhenstreuung sich hier verhält. Sondern wir versuchen jetzt erstmal hier einzugrenzen und dieses Rechteck etwas schmaler zu gestalten. Und dazu gibt es viele Übungen, die man anwenden kann. Hier geht es auch darum, wenn ich zum Beispiel spiele, mit drei Darts ist es natürlich immer so, wenn der Erste schon schlecht ist, dann versuche ich natürlich mit dem Zweiten zu korrigieren. Korrekturmaßnahmen sind extreme Fallengefühlsarbeiten und sind auch sehr häufig ein visuelles Problem, also eine Herausforderung für unser visuelles System. Ich erkenne sehr viele Spieler, die dann noch den Daten, den sie gerade in die 5 geworfen haben, dass sie eigentlich fast gar nicht den Blick davon lösen und dann mir im peripheren Bereich das neue Ziel dann anvisieren. Und das ist ein extremes Problem, weil wir nämlich dann wirklich immer nur auf den anderen draufwerfen. Wer kennt dieses nicht, dieses Gefühl, der Erste geht in die 5500, wir brauchen nur ein bisschen zu korrigieren und der Nächste geht in die 5500, wir müssen eigentlich nur ein bisschen korrigieren und dann geht der Andere auch noch in die 5500. Und man sagt sich, okay, schöne 45, kein Problem, aber im Endeffekt haben wir es nicht geschafft, die Korrektur einzuleiten. Und das liegt nicht daran, weil wir nicht in der Lage sind, das zu schaffen, motorisch, sondern weil wir den falschen Ansatzpunkt für unsere neue Zielausrichtung genommen haben. Wie ihr seht, es sind extrem viele Sachen. Das hier ist heute nur ein klitzekleiner Überblick. Es geht dann im nächsten Teil dann ein bisschen tiefer in, ja, nicht in Statistiken, um Gottes Willen, aber, ja, welche Fehler wir oft machen, um Trainingsmethoden abzuleiten und welche Trainingsmethoden wir eigentlich annehmen, obwohl sie uns nicht weiterführen und auch nicht zielführend sind, um uns zu verbessern. Damit wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.